Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video meiner Top 2000 und heute in diesem Video geht es von Platz 760 bis rauf auf Platz 720, also wie immer 40 Songs am Start und wir nähern uns schön langsam den besten 700 Songs, also es geht auf jeden Fall voran mit den Top 2000, da werden dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch die hässlichen Videos dann kommen, mal schauen wann wir fertig werden mit den Top 2000, ich habe es ja geplant eigentlich für Ende Juni, aber ich denke das schaffen wir leider nicht, weil ich halt auch so viele andere Projekte aktuell auf YouTube habe, deshalb verzögert sich das alles so ein bisschen, aber ist ja egal, die Spannung bleibt ja trotzdem dann da und ich würde sagen, wir starten jetzt auf jeden Fall rein mit Platz 760 und da haben wir auch gleich Benny Blanco mit Better to Lie auf Platz 760 dann machen wir weiter mit Marit Larson und I don't want to talk about it auf Platz 759 es geht weiter mit Ed Sheeran, mit wem sonst, man kennt sie schon so ein bisschen es ist Ed Sheeran, aber mit welchem Song tatsächlich mit Galway Girl, nur auf Platz 758 hätte man auch denken können, dass der Song ein bisschen weiter hochkommt, aber Ed Sheeran hat wirklich viele gute Songs am Start und den werden wir noch hören, hier in den Top 2000 das verspreche ich euch jetzt geht es erstmal weiter mit Heroes auf Platz 757 am Start dann die Pointer Sisters, die dürfen auch nicht fehlen mit ihrem Hit I'm so excited kennt man denke ich auch dann geht es weiter mit Platz 755 New Order to Fight 1994 ist die Single dann erschienen genau, dann geht es auf jeden Fall weiter mit Otilia Billionair Platz 754 hier in den Top 2000 die Black Eyed Peas dürfen natürlich auch nicht fehlen hier sind sie mit Meet Me Halfway auf Platz 753 und die Black Eyed Peas sind auf jeden Fall auch noch zwei, drei Mal dabei aber das natürlich weiter vorne erstmal ein ESC-Wartag für Deutschland ist auch schon wieder einige Jahre her wie Elisa angetreten ist mit dem Song Is It Right für Deutschland im ESC wann waren das 2013 2014 sowas auf jeden Fall schon eine Jahre her auf Platz 752 ist der dann haben wir Lost Frequences mit Are You With Me Platz 751 der Song ist aus dem Jahr 2017 sieht man am Cover hier auch dann Zass mit Chabot oder wie man das ausspricht hab sicher falsch ausgesprochen aber jetzt geht es erstmal weiter dann mit Platz 749 da liegt Fits in the Tentrums Handclap den Song dürfte man auch noch kennen ist glaube ich aus dem Jahr 2016 der Song und hat es auch einen geschafft dann Bruno Mars mit einer weiteren Single Ted's What I Like auf Platz 748 am Start dann haben wir Dusty Spoonfeld Son of a Breacher 774 ja 746 Songs kommen noch zum einen Nickelback mal wieder Rockstar der belegt 746 dann aus dem letzten Jahr aus 2019 Eliha mit Get Off My Dick Platz 754 dann ein Platz weiter oben Bassi mit Main auf Platz 744 am Start auch Alvaro Soler darf natürlich nicht fehlen in den Top 2000 die ist auf jeden Fall mit La Libertad auf Platz 743 dann Melissa Average mit Like The Way I Do 741 Songs sind noch vor ihr aber unter die ersten 1000 auf jeden Fall gekommen dasselbe gilt für Mabel und Mad Love auch der Song ist aus dem Jahr 2019 und etwas neuer genau dann haben wir auch schon die Hälfte für heute mit Norman Greenbaum und Spirit in the Sky ein älterer Song das merkt man schon der ist etwas älter dafür jetzt mal wieder etwas Neueres nämlich The Chainsmogers and Cold Bay Something Just Like This ich glaube das war das Jahr 2015 wo der Song rausgekommen ist also plus ein, zwei Jahre hin und her dann haben wir Bon Jovi mit You Want To Make A Memory ja Bon Jovi hat auch einige gute Songs auf jeden Fall geschrieben früher und da ist er auch mit einigen Songs natürlich auch in den Top 2000 vertreten dann haben wir Steve Aoki und Niki Humero mit Be Somebody Platz 737 am Ende machen wir weiter mit Colors von Chase Lovulo und Marluma dieser Song hat es geschafft auf Platz 736 dann geht es weiter mit James Blunt 1973 aber ich glaube der Song ist später also 1973 erschienen irgendwann in den 2000ern könnte ich mir gut vorstellen dann geht es weiter mit Kelly Clarkson Break Away Platz 743 es wird denke ich dann auch irgendwann noch Charts geben zum Beispiel von den 80ern von den 90ern von den 2000ern von den 2010ern können wir sogar auch schon was machen weil wir haben mittlerweile ist das Jahr 2020 da werden vielleicht auch mal die Top 500 oder so kommen aber das dauert noch Leute das dauert noch jetzt erstmal Avicii der ist auch noch mit einigen Songs hier dabei in den Top 1000 mit Weijing Full Off Platz 733 dann Gianna Nalini mit Bello E. Imposible ist sie auch hier am Start dann Wagon Bowman erkennt man hier schon so ein bisschen im Cover mit Human der ja größte Erfolg für Wagon Bowman der Song der bekannteste auch dann Platz 730 Sunrise Avenue richtig gute Band finde ich leider gibt es die in der Form nicht mehr aber die haben wirklich immer gute Songs geschrieben und die sind natürlich auch dabei in den Top 2000 I Help You Hate Me auf Platz 730 aus dem Jahr 2017 müsste die gewesen sein dann haben wir Shakira ein echter Klassiker whenever wherever hätte man auch gedacht dass der Song vielleicht in den Top 500 ist aber hat er auch nicht eingeschafft es ist nämlich wirklich eine große Konkurrenz in den Top 2000 Steppenwolf haben wir als nächstes Born to be Wild der Song darf natürlich auch nicht fehlen dann haben wir DJ Antoine Welcome to Sand Chopaze auch ein Top 500 Kandidat eigentlich dann haben wir CYO mit Malibu mal ein bisschen unbekannterer Song zwischendrin dann geht es weiter mit den Söhnen Mannheims und Wenn ein Lied ja der einzige Song von den Söhnen Mannheims der es hier eingeschafft hat in den Top 2000 einen anderen kenne ich sogar auch gar nicht dann geht es jetzt auf jeden Fall weiter mit Meghan Trainor auf Platz 724 und No Excuses auch die jetzt eingeschafft dann haben wir Bastille mit Torn Apart featuring Greatest und zwei Songs haben wir auch nur noch zwei Hits dann sind wir auch schon wieder durch für heute und das ist Ola mit I'm in Love Platz 722 22 und zu guter Letzt mal wieder eine ohne Cover La Wooks mit Bulletproof auch der Song muss natürlich dabei sein in den Top 2000 genau das war es dann auch schon wieder im nächsten Video geht es weiter von Platz 720 bis rauf zu Platz 680 also da überschreiten wir die 700er Marke schon mal und das nächste größere Ziel ist auf jeden Fall die ersten 500 also die 500er Marke zu überschreiten aber da brauchen wir noch ja sag ich mal drei vier Wochen und dann sind wir drin in den Top 500 und dann wird es erst so richtig interessant somit würde ich sagen war es jetzt auf jeden Fall mit diesem Video bis zum nächsten Mal und ciao